Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die WordPress Version 6.4 und ich möchte so ein bisschen zeigen, was denn jetzt mit dem 7. November 2023, also je nachdem wann du das Video siehst, was denn mit dem WordPress Update gekommen ist, weil das jetzt sehr, sehr, sehr spannend wird und ich auch ein bisschen mehr in der Zukunft darüber sprechen möchte, möchte ich dir heute einfach so die Punkte ein bisschen zeigen, die denn mit dieser neuen WordPress Version gekommen sind und im Speziellen mit dem neuen Theme. Und diese Sachen werden wir uns einfach Step by Step anschauen. Wenn wir uns die offizielle Seite von WordPress anschauen mit dem WordPress 4.6 Shirley Update, können wir uns hier anschauen, was denn alles dazugekommen ist, beziehungsweise für Dinge dazugekommen sind. Und hier ist es im Speziellen super spannend, dass WordPress sozusagen das 2024 auch released hat, also sprich ein Theme, welches jetzt ein paar Dinge mitbringt, die mir zum Beispiel in damaligen Zeiten mit dem Full Site Editing gefehlt haben. Wir bewegen uns ein bisschen dorthin, dass wir eben auch einen Page Builder haben von WordPress im Core System sozusagen mit drinnen und dieses Theme bietet das so ein bisschen an. Ich werde dir das danach auch nochmal in der Praxis zeigen, wie das aussieht, aber wir haben einerseits verbesserte Buffets Palette, wie sie heißt, beziehungsweise einen Finder, den wir uns einfach auswählen können, wenn wir das wollen. Wir können einen Command eintippen und dann zum Beispiel sagen, hey, ich möchte jetzt irgendwas duplizieren oder ich möchte etwas anderes machen. Wir haben auch Vorlagen, die wir nutzen können und wir haben auch eben nochmal die Möglichkeit, dass wir Hintergrundbilder in die Blöcke mit reinnehmen. Wir haben eine Lightbox drinnen, wir haben Buttons in der Navigation mit drinnen, das heißt, wir haben viele Möglichkeiten, die wir auch nochmal nutzen können. Wir haben auch einen Lightbox-Effekt und auch Gruppenblöcke benennen, das heißt, wir können gewisse Gruppen zusammenführen, einfach um die Struktur der Webseite ein bisschen besser zu führen und haben noch viele, viele andere Sachen, die auch spannend sind, die auch aus technischer Sicht spannend sind, geschweige denn, dass die Leistung passt, die Barrierefreiheit. Das waren aber die Hauptdinge, die WordPress mit sich bringt und wir haben aber auch nochmal das neue 2024-Theme, das sozusagen das so ein bisschen widerspiegelt, was jetzt WordPress eben machen möchte, also beziehungsweise mit dem Full-Site-Editing, was sie hinbekommen möchten. Dazu werde ich aber jetzt hier nicht noch mehr sagen, sondern wir schauen uns das einfach am besten direkt in der Praxis an. Ich habe jetzt hier in unserem Dashboard, habe ich die 6.4-Version plus das Theme 2024 installiert, das sollte, wenn du WordPress aktualisiert hast, sollte das auch aktiv sein, dann einfach hier das 2024-Theme aktivieren, wenn es nicht bei dir aktiv ist, einfach auf neue Themes hinzufügen und dann sollte das hier auch irgendwo aufkommen. Wenn nicht, könnten wir hier auch nochmal 4 eingeben und genau, da wird uns hier dann angezeigt 2024 und dann können wir das hier auch direkt auswählen. Was das Spannende hier dran ist, ist eben, dass wir einige Funktionen in dem Webseiten-Editor mit drinnen haben, das heißt, wenn wir hier links in unserem Dashboard auf Design und Website-Editor gehen, hier haben wir ja in unserem Design sozusagen die Übersicht, was wir denn alles machen können. Das heißt, wir haben die Stile, wir haben auch verschiedene andere Punkte und können im Speziellen auch diese Stile bearbeiten. Das heißt, wenn ich hier auf Bearbeiten klicke, komme ich auf diese Beispielseite und kann hier auch jetzt zum ersten Mal Überschriften definieren, Beschriftungen definieren, Buttons, den Text und kann hier alles auswählen, was ich möchte. Wenn man da zusätzliche Schriften haben möchte, muss man hier ein bisschen mehr machen, noch immer, aber ich finde es einfach cool, dass es jetzt mittlerweile die Möglichkeit gibt. Klicken wir jetzt hier links oben nochmal zurück zu den Stilen, dann kommen wir auch dort nochmal hin. Hier haben wir nämlich auch Templates und Seiten. Das heißt, wir können verschiedene Elemente eines Themes sozusagen oder auch von dem 2024-Theme im Speziellen bearbeiten, was wir klassisch eben von Elementor kennen oder auch von anderen Page-Bildern wie Spectra oder Divi beziehungsweise auch zum Beispiel der Oxygen-Bilder etc. Das heißt, wir haben einfach wirklich auch Suchergebnisseiten. Wir haben die 404-Seiten, die wir hier bearbeiten können. Das heißt, das wird uns hier auch angezeigt und wir können diese dann auch immer bearbeiten. Das heißt, ich könnte zum Beispiel hier sagen, ich gebe hier noch ein 404 mit dazu, sage hier auch Speichern und dann wird mir das hier oben auch mit dem Template 404 gezeigt und weiß, dass das dann auch angepasst wurde. Wenn ich jetzt hier wieder auf das WordPress-Logo zurückklicke, habe ich dann meine 404-Seite angepasst und ich kann auch Vorlagen nutzen und das ist der spannendste Punkt. Ich kann auch hier dann Vorlagen nutzen, die mir schon von Haus aus gegeben werden. Die können wir uns dann gleich nochmal anschauen im Aufbau. Da gibt es ein paar Stück schon, die man ganz gut nutzen kann, glaube ich, um eine solide Webseite zu machen. Das können wir uns aber dann auch nochmal anschauen. Hier wird ein Unterschied in synchronisiert und nicht synchronisiert. Das heißt, müssen wir uns nur anschauen, was nicht synchronisiert ist. Dementsprechend können wir das dann eben verwenden oder auch nicht. Hier in dem Fall können wir diese Vorlage nicht bearbeiten, aber wir können sie natürlich auf der Unterseite bearbeiten. Also nicht, dass es sich wundert, warum die da hier geblockt sind. Das heißt, wir können natürlich in der Navigation, die können wir auch bearbeiten. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, kann ich neben der Beispielseite jetzt, was jetzt vor eben ein Punkt war, eben auch Seitlogos und so weiter dazu fügen. Aber ich kann eben auch im speziellen Fall einen Link hinzufügen und diesen Link dann auch eben eine Property geben. Das heißt, ich gebe den zum Beispiel auf die Beispielseite und kann aber hier auch links, wenn ich auf Umwandeln hingehe, auf einen Button gehen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch einen Button hinzufügen und diesen Button auch rein theoretisch umbenennen, zum Beispiel auf Kontakt. Das ist zum Beispiel eine Erneuerung gewesen, dass wir einfach jetzt hier Klassiker, dass wir eine Navigation haben, wo wir eben nicht nur klassisch Menü-Navigationen haben, sondern eben auch einen Button machen können. Dann können wir hier wieder auf WordPress zurückklicken, damit kommen wir wieder auf die Ausgangssituation und können jetzt uns eigentlich neben den Stilen, die es gibt, also man kann direkt den Stil hier auch umstellen, was die Farbgebung betrifft, können das aber wie gesagt auch noch in der Zukunft ein bisschen ändern. Möchte ich dir dann einfach zeigen, indem wir jetzt dann direkt in eine Webseite oder in eine Unterseite reingehen. Dazu gehen wir einfach mal zurück zum Dashboard, gehen auf Seiten und sagen hier zum Beispiel neue Seite erstellen. Da schlägt uns auch direkt vor, ob wir eine Vorlage nutzen wollen. Das sind eben diese Vorlagen, die wir hier auch nutzen können. Ich nehme zum Beispiel Business Startseite jetzt einmal und nenne das jetzt WP 6.4 und kann jetzt das mal auf Veröffentlichen klicken. Hier sehe ich jetzt auch, wenn ich dann rechts oben auf Seite ansehen gehe, ist das schon eine ganz coole Sache eigentlich. Das heißt, ich sehe, okay, das schaut alles sehr solide aus und sieht nach einer Webseite aus, mit der man arbeiten kann. Jetzt können wir uns aber auch anschauen, im speziellen Fall, wie können wir denn diese Seite bearbeiten. Dazu können wir uns jetzt mal anschauen, welche Möglichkeiten wir denn da haben. Und wir haben hier links, wenn du auf diese drei Striche drauf gehst, siehst du immer die Navigationsübersicht. Das würde ich dir immer empfehlen, damit du eine grobe Idee hast. Diese Gruppen kann man nämlich auch benennen, beziehungsweise sieht man dann auch, was es ist. Hier sehen wir zum Beispiel, wenn wir auf die zweite Gruppe gehen, das ist eine Auflistung. Wenn wir auf die dritte Gruppe gehen, eine Reihe von Ressourcen. Und auch wenn ich auf die Referenzen gehe, sehe ich hier die Referenzen. Und wenn ich auf die nächste Gruppe gehe, sehe ich hier, das sind wahrscheinlich Kommentare, beziehungsweise auch Blogbeiträge. Und auf die letzte Gruppe, das ist so ein Call to Action. Und diese Gruppen können wir jetzt bearbeiten. Wenn wir die mal aufklicken, sehen wir auch hier, okay, da ist noch eine Textgruppe, dann ist ein Abstandhalter und dann kommt ein Bild. Das heißt, wir können mit diesen Gruppen, die wir auch hier oben, wenn wir auf Plus gehen und Gruppe eingeben, können wir auch immer eine neue Gruppe hinzufügen und können hier auch sagen, dass diese Gruppe sozusagen in einem, dass diese Blöcke sozusagen in einem Container dann gesammelt werden. Und diese Einstellung finden wir dann hier auch nochmal, dass wir die eben nebeneinander machen können, die sammeln können oder oberenander machen können. Und im Layout können wir dann eben auch die Anordnung hier nochmal sagen, ob das eben linke Hand ist, rechte Hand ist. Das heißt eben klassisch, wie wir Container, beziehungsweise auch eben so Flex-Container oder auch diese Flex-Diff-Boxen aus dem Web kennen, die können wir jetzt hier verwenden. Was wir jetzt nämlich auch machen können, ist, wenn wir diese Gruppe auswählen, haben wir hier auch Design-Einstellungen. Das heißt, wir können hier auf einmal ein Hintergrundbild hinzufügen. Ich lade uns da jetzt mal einfach irgendein Bild hoch, einfach nur damit wir etwas haben, mit dem wir arbeiten können. Und das kann ich zum Beispiel jetzt auch im Hintergrund verwenden. Das heißt, dieses Bild kann ich jetzt im Hintergrund oder in dieser Gruppe als Hintergrundbild verwenden. Kann hier auch natürlich nochmal sagen, okay, wie schaut das Ganze aus? Soll das eher oben hängen, unten hängen, etc.? Ist etwas, was ich nicht oft verwende. Können wir jetzt mal zurücksetzen. Aber was wir immer machen können, ist eben von den Theme-Farben einen Hintergrund wählen oder auch eben einen Verlauf mit reingeben, was vorher auch schon ein bisschen schwieriger war. Das heißt, wir haben schon solche Design-Vorstellungen und Möglichkeiten, die wir auch teilweise in den Gruppen haben, dann auch auf der Schriftenebene. Das heißt, wir können hier auch die Textfarbe von der Schrift einmal kurzfristig ändern und wir können auch einzelne Elemente anpassen. Und das ist schon etwas, was auf jeden Fall viel weiter ist und was Sie ja auch hier im 2024-Theme so ein bisschen angeteasert haben beziehungsweise auch gesagt haben. Das heißt, mit dem 6.4-Update haben wir einfach viele Möglichkeiten und dem neuen Theme vor allem, mit der du schon wirklich eine coole und solide Webseite hinbekommst, ohne dass du jetzt großartig noch mehr machen musst. Das heißt, je nachdem, was natürlich dein Projekt verlangt, also sprich auch an Einstellungsmöglichkeiten, hat man vielleicht hier und da noch eine Grenze, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich auch ein bisschen mit ChatGPT vielleicht auskennt und dann die ein oder andere Animation noch mit Code einfügt, ohne das jetzt großartig vielleicht jetzt hier zu verändern, kann man da schon wirklich was Solides bauen. Und wie gesagt, die Webseite an sich, wenn man auch nur die Vorlage jetzt nimmt, die schaut ja schon solide aus. Das ist jetzt auf 150%, damit du mir gut folgen kannst. Wenn wir jetzt hier aber zum Beispiel auf 100% gehen, sehen wir, da schaut eigentlich alles schon gut solide und aufgeteilt aus. Das heißt, für einfache Seiten völlig ausreichend. Wir können natürlich dann solche Dinge wie den Fußbereich und so weiter können wir eben mit dem Theme auch bearbeiten. Das heißt, ich kann hier immer auf Webseite bearbeiten klicken. Ich mache uns das Ganze jetzt nur hier nochmal auf 150%. Wir können hier oben nochmal auf Webseite bearbeiten klicken und natürlich einerseits die Seiten anpassen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Titel nicht möchte, kann ich den Titel hier wegnehmen. Das sind sozusagen Vorlagen, die für die Seiten dann gelten. Und ich kann auch, und das ist das Schöne daran, oder eigentlich das Schöne daran, ich kann, wenn ich hier auf die Templates gehe, das heißt, wenn du hier drinnen bist und dann auf Templates gehst, siehst du hier alle Templates, die von der Webseite gesteuert werden, sozusagen. Und hier kann ich natürlich auch Archive, Seite mit Breitenbild, Seite mit Seitenleiste, die kann ich hier alle bearbeiten. Und wenn ich hier auf alle Templates gehe, sehe ich auch, welche denn alle hier genutzt werden, beziehungsweise welche alle hier vorhanden sind. Und ich könnte auch ein Template erstellen, das heißt, ich könnte auch sagen, für ein gewisses Archiv oder ein gewisses Schlagwort oder auch die Startseite an sich, kann ich immer andere Templates bauen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, eben das ganze Theme zurechtzulegen, wie ich das möchte. Wenn wir jetzt hier nach unten gehen, kann ich jetzt mal hier auch im Footer klicken und kann im Footer auch bearbeiten und könnte das hier unten zum Beispiel auch natürlich weglöschen. Und du kannst dein Copyright reingeben, wie du möchtest, könntest das speichern. Und ich könnte natürlich auch diese einzelnen Blöcke hier oben im Fußbereich speichern. Und damit hätte ich das Ganze natürlich auch auf der kompletten Webseite dann hinterlegt. Und man muss nur schauen, dass die Templates, in dem Fall haben wir jetzt wahrscheinlich, wenn ich auf die Seite gehe, auf Seiten, habe ich das jetzt gespeichert. Das sollte jetzt auch hier verstanden haben. Und genau, jetzt haben wir hier auch oben unten im Fußbereich das Copyright geändert und haben eben, wie gesagt, für die ganze Webseite allgemein die Templates angepasst. Und hier kann man dann eben wirklich vieles tun, machen, aufbauen und auch in der Zukunft etwas damit machen. Ich hoffe, dir hat das gezeigt, welche groben Faktoren das 2024 mit sich bringt und 6.4 mit sich bringt. Wenn du da Lust drauf hast, kann ich gerne mal auch ein längeres Tutorial machen, wo wir vielleicht mal eine komplette Webseite damit aufbauen. Wenn du die Funktionen ein bisschen erweitern willst, würde ich dir immer empfehlen, dann noch einen zusätzlichen Page Builder zu verwenden. Kann zum Beispiel sein, der Spectre Builder, der hat nämlich dann noch so Animationsmöglichkeiten von Einzelelementen und hat noch ein paar andere Blöcke dabei, sozusagen für den Gutenberg-Editor, der ein bisschen spannender ist. Aber ich glaube, wir bewegen uns auf jeden Fall in eine sehr, sehr starke und coole Richtung mit 6.4 und auch mit dem 2024 Theme. Und da kann man schon vieles machen. Und ich finde gerade für einfache Projekte, das heißt, wenn wir gerade auch in den einfachen Bereich schauen, wo nicht viele Anforderungen vorhanden sind, das heißt, ich baue mir bitte eine einfache Webseite, die XYZ darstellt, können wir damit, glaube ich, schon sehr gut umsetzen, ohne jetzt Elementor noch drauf installieren zu müssen oder ein Oxygen Builder oder Divi oder anderes, sondern wir können da wirklich einfache Seiten machen, die in sich auch mit dem Core-System gebaut sind, was ja super spannend ist. Und da vielleicht auch da mit der Performance nochmal die Spur nach oben zu kommen, das ist dann eben auch, der Gutenberg-Editor ist natürlich nochmal näher an dem Web dran, als wenn man nochmal vielleicht mit Elementor oben drauf arbeitet oder mit Divi oder mit was anderem. Deswegen wollte ich dir das heute mal mitgeben. Wenn dir das Video gefallen hat, wie gewohnt, lass mich gerne wissen, was dich noch zu diesem Thema interessiert. Ich würde dann vielleicht auch in der Zukunft einfach ein längeres Tutorial dazu machen beziehungsweise auch einfach ein längeres Aufbau-Video, wo wir wirklich alles Step-by-Step nochmal durchgehen. Wenn du darauf Lust hast, dann kann ich das nochmal angehen, aber ich wollte, glaube ich, heute mal das einfach nochmal zeigen. Das heißt, probiere dir das Theme auch mal aus vielleicht auf einem Testumfeld, so wie ich jetzt, dass du dich einfach mal durchklickst und ein Gefühl dafür bekommst, okay, in welche Richtung kann das Ganze gehen? Ist das vielleicht etwas, was ich in der Zukunft verwenden kann? Ich schaue mir einfach nur immer gerne an, was ich vielleicht auch in der Agentur in der Zukunft verwenden könnte, auch für kleinere Projekte, dass man nicht nur Elementor nutzt oder auch was anderes, aber ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen zeigen, um was es denn jetzt in diesem Update geht. Ich sage nur mal, viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.